Ich war mal ein Blumenstoss von meiner Mama. Schön, das fliegt ja gut. Komm, gehen wir mal hier rüber. Okay, jetzt. Scheiße, scheiße. Lass dich hängen, du Assi! Lass dich hängen, ich krieg dich! Schaukel, da will, komm! Das ist eklig! Schaukeln! Schaukeln! Lass dich mal da hängen, ich mach noch... Habt ihr besser? Ich fehl schon! Passiert doch gar nicht! Da bist du schwer! Halt deinen Maul! Ich hab kein Blut bei den Füßen, warte mal! Aufgenommen! Ja! Das war wohl nix, Kleiner! Scheiße! Nein! Nein! Schmeiß ins Wasser, komm! Ah, falsche Brenner sind du Assi! Alles ist im Arsch hier! Oh, jetzt die Hose! Ich weiß! Komm, schmeiß ins Wasser, dir Arsch! Da! 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 Ah! Das wird nicht mal per Hand ziehen! Das wird nicht per Hand ziehen! Ah! 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 Es reicht, du Arsch! Ah! Ah! Was denn? Ah, nix, was denn? Denkst du? Ja! Ja! So, und jetzt? Drei! Ohohohoho! Ah! Ah! Das ist halt doch ein La 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 Waschen! Ah! Da! Da liegt ne! Winz, dein Handy! Oh! Drei! Den Winz, dein Handy! Zwei! Eins! Oh! Dein Handy, Winz! Was? Dein Handy! Wo? Das liegt so! Höre ich das? Winz hat sein Handy wiedergefunden! Winz hat sein Handy wiedergefunden! Weiß es! Doch nicht! Sag jetzt, da! Wo? Warte! 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 Wo ist das Handy jetzt? Warte! Wo ist es? Da ungefähr! Ja! Winz sucht sein Handy! Winz hat es gleich gefunden und... Hat er einen Fisch? Ich bin einen halben Meter vorne weg! Einen halben Meter vor! Jetzt genau unter deinem Kopf! Oh ja! Winz hat sein Handy ge... Es geht sogar noch! Hau! Ich beginne schon, okay? Oh ja! Warte! Ich hab ja mal da! Ich hab ja nichts drin, ich hab ja... Oh ja! Musik! Kennt ihr euch? Ey du Vogel! Okay, jetzt! Die Wichse, Alter, frisst da noch! Aufs Maul! 2, 1, GO! Warte, scheiße, warte, warte, warte! Oh! Ich glaube, ich bin im Wasser! Mach jetzt! Jetzt lass mich mal miterhalten! Hier bist du! Ja, ja! Ich bin im Wasser! Boah! Was soll denn das jetzt? Scheiße! Acht! Asche! Ja, das geht's nur! Ja, warum wohl? Weil der Akku draus ist, mein Kamerad! Pau aufs Maul? Nee! Vince versucht sein Handy zu reparieren! Ja, das geht's nur! Ja, das geht's nur! Ja, das geht's nur! Ja, das geht's nur! Ja, das geht's nur!